Weiß gar nicht, was das für eine Musikrichtung sein soll. Das ist einfach nur Blödsinn. Vor allem drücke ich jedes Mal ein Plus in den Chat und der Counter wächst gar nicht. Oh! Shiny! Durch den Mustard Man! Oh, da muss ich wohl mal kurz die Musik ausmachen. Der Mustard Man hat uns wohl jetzt einfach einen Shiny beschert. Und jetzt habe ich nämlich ein Problem, weil ich wohl dann jetzt gar nicht weitermachen kann, ja, sage ich mal dazu, wenn ich diesen jetzt hier fange. Wir werden dieses Galaflampion jetzt hier aber eintüten. Ungefähr so. Und dann habe ich noch eine Möglichkeit, theoretisch, dass ich ein anderes Handy nehme mit einem anderen Account, der auch keine, der keine, na, Freunde hat. Und wir mit dem anderen weiter raiden. Denn wenn es noch ein Shiny gibt, würde ich dieses dann verlosen. Ich würde also extra für euch weiter raiden. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, ein Shiny zu bekommen. Da muss ich aber mal kurz das austauschen. Solange ich das austausche, Moment, da gibt es gleich einen anderen Code, lasse ich euch den Mustard Man nochmal kurz drauf. Ich würde auch mal kurz drauf.